Häufig gibt es das Missverständnis, dass wir Coaches den Kindern verraten, wie sie es machen müssen, damit es am Ende funktioniert, und wir den Kindern die Lösung verraten. Ganz so einfach ist es nicht. Das Ziel eines Coachings ist es, Fragen zu stellen und dem Kind Angebote zu machen und zu schauen, wie das Kind selber auf Lösungen kommen kann. Also nicht wir sagen, so und so funktioniert, sondern wir schauen für das Kind, im Sinne des Kindes, auf die verschiedenen Kontexte und Möglichkeiten, um mit dem Kind gemeinsam, besser noch das Kind, Lösungen entdecken zu lassen. Weil wenn das Kind selber auf die Lösung kommt, auf eigene Ideen und Ansätze, dann kommt es in eine Begeisterung, in eine Emotion, und in die Emotionen brauchen wir immer, um in die Handlung zu kommen. Und darum zeigen wir nicht pauschal Lösungen, sondern gehen wirklich als Experten mit den Kindern individuell in die Fragestellungen, damit das Kind auf Lösungen kommt, die auch wirklich alltagstauglich sind und die dann nach hinten raus auf lange Sicht auch wirklich funktionieren.